Das ist doch nicht schlimm. Hm? Das ist doch nicht schlimm. Wo hänge ich denn jetzt wieder fest hier? Das ist nicht schlimm, kleiner Dieb. Nö. Machen wir das auf die altmutterische Tour. Willst du noch kompress... Äh, hier ist... Du hinter dir, ne? Ja. Hier, have fun. 42 kompress square root. Hatte ich hier noch. Das ist gut. Kann mir das auch nochmal ein Stack gemacht. Ach. So. Jaja, kannst einiges machen. Kannst mal die Unordnung hier wegmachen. Muss ich mal ein bisschen sortieren hier an der Stelle. Na gut, hell genug ist das ja. Sieb, sieb, sieb. Sieb, sieb. Ja. Ähm. Oh. Ja, nichts ist da an der Stelle. Sterling. Äh. Eloy. Vor allem, ich krieg eher ein Emerald als ein Deer, ne? Pff. Ist ja auch lustig. Hm? Ist ja auch lustig. Hm? Ist ja auch lustig. Mich verraschen. Nö. Gib mir endlich ein Deer! Ich brauch so, so, so mehr. Kann ich nicht in die Sackmill? Charco reinwerfen? Nein. Was machst du denn da raus? Ähm. Das soll ich haben. Hattest du eigentlich auch Tierblöcke besorgt? Tierblöcke? Ja, sicher. Ja. Für nämlich die Tierblöcke. Die Tierblöcke sind. Hab ich. Okay. Ja gut, du musst halt erstmal das Gold hochzüchten, ne? Na gut, was heißt hochzüchten? Ich könnte jetzt eigentlich kombinieren schon an so ganzen Käse, ne? Dass ich halt zumindest dafür ein Sieb bekomme. Na, aber abgesehen. Wäre eigentlich schon besser, oder meinst du nicht? Boah! 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 Dann haben wir schon mal Dias. Weil die brauchen wir auch. Ich kümmere mich gleich drum. Danke! War gleich schön, bisschen. Ich habe anderthalb, ne, ich hab ein Circo 42 gehabt. Jetzt habe ich ein Circo 11 und hab meinen ersten Dier bekommen. Na guck mal. Top! Topf! Die Welle gilt. Schnarch weiter. Äh, das ist so langweilig. Jetzt ist gemerkt. Vor allem, dass die meisten Themen haben wir jetzt schon durch mit den Quatschen. Was für Themen? Können wir davon neu anfangen, wie so eine Schallplatte. Könnte man ja. Können noch schlechte Witze erzählen, es geht ab hier. Bananenkopf. Sieben. Sieben mal sieben ist neun und vierzig oder feiner Sonn. Nein, bleibt hier Pipes. Musst du im Längen im Sonnenschein. Ich bin sensibel, habe ich dir jetzt nicht vorher schon mal gesagt. Sensibel mit Pipes? Ja, jetzt sagt er, jetzt will er seine Seeds haben. Was brauche ich denn dafür? Ne, das sind die Falschen. Nein, das sind auch die Falschen. Sensibler Zwiebel bist du. Wo sind sie denn die Diapapes da? Da bräuchte ich nur Lapis in Gold, Mann. Was geht ab? Habe ich doch. Hau mal wieder. Ah, ich weiß, warum ich das nicht gemacht habe. Ah, ich hatte zu wenig Goldärz. Aber jetzt nicht mehr. Ja, relativ. Also ich habe nur das, was unten drunter ist. Und ich brauche fünf davon. Da muss ich jetzt fünf Goldärz anbauen. Und dann hast du deinen Arsch offen. Los. Habe ich noch Lapis erzeugen? Dann kommt man schneller mit dem Lagersystem weiter. Aber wir brauchen das langsam mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Vor allem das geil ist halt, wenn du Autocrafting hast. Da machst du einmal klick klick bestellt. Sondern siehst du nur noch, wie das durchgerauscht und erstmal alles erstellt. Wenn du genug von den Sachen hast. Natürlich. Also Gold. Ja, gut. Wenn du halt nicht genug davon hast. Dann fängt er an, wenn du das so gemacht hast. Und so erstellen. Fertig zu machen. Dann wäre da was weitergemacht. Ich finde es lustig. Lustig, lustig. Tralalala. Ich kann nicht. Wie viel rein muss ich ihn abbauen? Die ersten drei Felder sind unbenutzbar. Und ich habe noch 30 Stück. 30. Die letzten Male war das irgendwie effektiver. So. Hast du, der verarscht mich? Komm, ich will mal der Diasitz haben. Amarsch Diasitz! Hast du einen Arsch offen? Ja. Ich merke es. Ah, die sind auch an der dick feiert, alles klar. Weil mit dir mal keiner freie Diasitz. Rein mit dir da! Lass mal überlegen und nicht lügen. Dann brauche ich auch die Pflanze nicht machen. So. Mach die auch noch sauber hier. Dann kann ich schon mal das machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Papier brauche. Papier. Ich brauche Quops. Eine Module. Das wird auch noch was. Und drei Dias habe ich gerade. Oh. Und ich habe gleich die Kompressen alle durch. Das ist aber Hammer. Ja. Die Dias sind schon echt so. So ein Jackpot. Ja. Ja. Aber ab. Papa kümmert sich darum. Ja. Bauen wir hier in dem scheiß Puffladen hier von mir. Den ich irgendwo verlegt habe. Da bauen wir! Ja damit. Drei verfügte Dias. Kann ich pushen? Nein. Das ist das. Geil Guardian hat. Oh. Noch. Die Filter kann ich nutzen. Das war der Diasuche mit drin. Warum nicht? Pushen. 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 Okay es geht noch nicht. Die müssen jetzt wachsen. 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 Achso jetzt bis der sich gezüchtet hat. Ja. Die müssen wachsen. Funny. Fresh. Funny. Tschüss. Hallo. Vor allem wie der ganze Zeit immer noch dran ist Erde zu produzieren. Du kannst ja wenigstens Erde nehmen. Das 7. Daraus die Steine nehmen. Die Probeweisen. Und das Gravel 7. Aber was willst du sonst mit zu viel Erde? Nicht so. Ja was denn? War das jetzt verkehrt? Jetzt sagst du doch nur. Weißt du wie lange das dauert? Ich weiß. Meinst du dass das so viel Stumpf ist? Hm? Aber es ist teuer. Ich weiß auch wie viel Strom das frisst. Sondern es ist zu 7. Na da hinten funktioniert das immer noch nicht ganz hundertprozentig. Ja. Also da sitzt der Tower da oben hinten. Die 5 Wasserräder. Ja. Die sitzen da hinten. Damit nur diese eine C funktioniert. Weil das Strom ist ja kein Sonnebauch. Ja das läuft doch alles auf Solarbasis. Mhm. Was total affig ist hier. Du bist eigentlich so... Remote Order. Das ist das Ding was ich meinte. Remote Order. Da kann er so verschiedene Farben sogar. Ah. Und n... Es gibt's ja auch Logistic Fluid Container ne? Okay. Das kannst du gar nicht machen. Hm? Oh mein Gott. Ich muss ja eben gucken was der Keller sagt mit kleinen Herzen wieder. Ich glaub dieser... Remote Order war das Ding... Womit du halt... ...die... ...Pipe... ...mit der Chest verwenden kannst. Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Da war ich da eigentlich. Ne. Der Remote Order war dafür dass du darauf zugreifen kannst wenn du ganz woanders bist. Okay. Und halt wenn du nen Ender Pouch dabei hast und das halt deine Kiste... Sicher? Ähm... Centos? Yay! Disconnect! Wie Disconnect? Vom Server? Bist vom Server geflogen? Ah ja. Von hier bist du noch drauf? Oh ich hab grad nen Ping. Hm. 20% Jetzt müsst ihr runter bleiben vom Server. Du hast ja Paketverlust eingehend 12 gehabt eben. Mhm. Dann hab ich immer noch sechste... Ei. Nö jetzt gehts grad runter. Ich hab ja grad... Ich hab ja dieses... ...dies eines Bild wo ich sie geschickt habe mit technischen Problemen angemacht. Okay. Hm. Sehen ja alles gut. Dafür hab ich diese Bilder ja. Ja klar. Ja. Ja jetzt bist du geflogen. Jetzt bin ich auch wieder da. Jetzt bist du aufgekommen. Jetzt bist du aufgekommen. Das müssen wir doch eigentlich haben. Was geht denn ab hier? Was geht denn ab hier? Ähm. Ich werd ja mal ein bisschen unterstützen den Polo. Den Furnace da unten. Ne. Hier kann man das auf dem Fall nicht machen. Das kann ja nicht wahr sein. Der muss da ein bisschen arbeiten dürfen. Ja, ich bin voll weit verlegen. Aber... Ist egal. Warum? Ist egal. Das macht doch überhaupt ein Jahr nichts. Mhm. So. Weil das Zeug muss der hier mal endlich brennen. Der Furnace. Da unten ist so viel Erz drin, ne. Was er zusammen gebaut hat. Zeit, dass er das fertig macht. Genau das Geräusch. Jappappappadu. Uiuiuiuiui. Ich kann die Abkürzung wo die Swelltimi gar nicht mehr nehmen. Oh. Ja, die... Die war da used jetzt nur noch. Die stand da auch nur noch rum. Du bist behindert. Nein. Doch. Nein, die stand da nur noch rum. Du bist trotzdem behindert. Also reg dich nicht raus, hab ich dich schon mal gesagt. Okay. 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 Jetzt kann ich doch euch drei kombinieren, um diesen Leut zu kriegen, denn ich brauche den ersten. Das hat er noch gar nicht verbunden. Was hat er verbunden? Alles gut. Keine Ahnung. Ja, wo bist du denn jetzt schon wieder? Irgend so. Aber du musst ja irgendwo hier gewesen sein beim Wasserrad. Du musst gar nicht was du wieder willst. Ich will kein Eisen. Nein, das soll ja grad schmelzen. Okay. Doch, Eisen haben wir. Geh doch mal zur Redstone Farm. Wie viel brauchst du denn? Ach ja. Ja. Da müsste noch Eisen drin sein. Aber braucht nicht alles. Ich brauche gleich auch noch was. Erstmal brauche ich nur sechs. Ja. Das könnt ihr auch schon mal verbreiten. Das könnt ihr auch schon mal verbreiten. Hup. Da sie aber Krieglas auch nimmt. Wenn ich mich kenne, schau ich, dass ich gleich runter verliere. Wäre ja voll lustig. Was ist das mit den rumspringen gar Scary. So. Zack. Reicht. Jetzt brauche ich noch das... Zwei. Oh. Drei, vier. Passt. Ach, was mach ich eigentlich. Ja. wenn man das mal wüsste manchmal nach schnauze das glas ist ja ich brauche jetzt gott sei dank zwei 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 dafür die habe ich noch stahl da fehlt auch noch strom ok in gott in gott da brüch enderpearlern für enderpearlern in der bürgern 64 stück beziehungsweise ich brauche 64 stück und eine jolo jolo polo kann ich jetzt mit baummeel pushen warum ist immer alles besetzt was da vorne gerade weil ich dann am arbeiten bin muss das hier muss ich gerade arbeiten mal jung das ist so hier wird tatkräftig hier war schon wieder das hier war in dein ding gerade weil ich bearbeite mit macht zwei solar panel fertig die wieder und wieder strom produzieren können damit irgendwas kleines weiterlaufen kann ja cool die Vielen Dank.